Hier sind wir im Dorinthotel in Prag, ich zeige euch mal kurz die Zimmer erst, mit Flat Screen, Telefon, schönen Sessel, wir gucken mal raus, haben selber noch nicht raus geschaut, Na, ein schöner Ausblick über Prag, am Haupteingang, sehr schön, hier ist die Minibar, Safe, und das Bad mit Badewanne, da freut sich aber jemand. Hallo Matthias, wie gefällt dir das Hotel? Mir gefällt das Hotel ganz gut, es ist ja einigermaßen zentral und ja, es gibt eine Badewanne und es sind ja sehr große Zimmer und sehr geräumig und ihr werdet morgen dann mehr vom Hotel sehen. Hallo, ich bin der Hubert, ich zeige euch die ganzen Videos, einfach unten auf gefällt mir drücken und dann seht ihr auch die weiteren Videos von uns. Die Fellas und Reiseprofiler wünscht viel Spaß mit Prag, es gibt bestimmt schon 50 Videos werden wir noch machen, bis dann, ciao. Jetzt hier beim ersten Stock, und hier am ersten Stock ist das Frühstücksbefehl. Jetzt haben wir lieber die Sara Halser für Dachschlag. Jetzt haben wir auch die Sessel, wir haben Spaß mit der Wirklichkeit Dachschlag. Das istönig. Wir haben heute auch die Sessel, wir haben viele Stock, aber wir haben die Dachschlag, Ich binippe Dachschlag, da bist du schon gar nicht immer. Ich bin ganz einfach mal sehr gut, was ich. Die Dachschlag. Dann muss ich schon gar nicht, dass wir, warum du schonmal bei uns schl附di, Dann muss ichavor, dass ich mich jetzt sagen würde, dass du bist jetzt eher nicht in der Frau Schlus ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.